Hey Leute, was geht? Ich bin es mal wieder mit Skriptekind. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, ganz besonders in diesem Video. Denn dieses Video handelt gar nicht um Mio oder keine Ahnung, um was ich heute mache, sondern um meinen Kollegen David. Wir kennen uns mittlerweile schon seit vier Jahren oder so und wir sind gemeinsam durch Diefen und Dünn gegangen. Ja, er hatte in dieser Quarantänezeit Geburtstag und zwar am 4. April. In dieser Quarantänezeit feiern und so, das ist nicht möglich, weil ich hatte was ganz cooles für ihn geplant, aber das konnten wir leider nicht machen. Wenn ihr einen normalen Vlog sehen wollt, dann müsst ihr am Montag wieder kommen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Heute nicht. Heute ist es deine Krone, verdammte Scheiße, Leute. Ich habe ein Hemd an. Ja, ich habe mir extra ein Hemd angezogen für diesen Moment. Das ist übrigens David für die, die es nicht wissen, aber für die, die es nicht wissen, dann... Ihr seid klar und deutlich keine Abonnenten. Also abonnent diesen Kanal sofort, um keine Videos mehr zu gebrauchen in der Corona-Zeit. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und, ähm, ja, es ist ein bisschen traurig, dass David in der Corona-Zeit Geburtstag hat und so. Und, ja, man kann leider nicht feiern, so eine geile Montage machen oder sowas, was mir so viel ermöglicht und alles drum und dran. Und, ähm, ich kann es leider nicht zurückgeben bei Corona und den ganzen Scheiß. Aber ich habe mich heute in die Küche hingestellt und dachte mir, was kann man machen? Okay, Augen zu? Okay, meine Augen sind zu. Okay. Also, erstmal muss ich es den Leuten zeigen. Okay. Okay, erwarte nicht zu viel. Augen auf. Happy Birthday. Fucking Brownies. Ha! Gayyyyyy. Ich weiß, das ist echt kacke. Du musst deine eigene, das Projet selber gemacht. Ja, habe ich komplett selber gemacht. Gayyyy. Deswegen würde ich lieber nicht essen. Eigentlich sollte hier auch noch so Kerzen draus sein. Eine 1,6 und dann soll ich schon die Kerzen auspusten oder was war ein klar. Aber, egal. Natürlich reichen halt diese Kuchen nicht und sonst was. Deswegen, oh fuck. Weißt du, weißt, was ich für dich habe? Das ist mein Scheiß PC. Was? Dreimal auf der Rat noch was es ist. Einen Kuchen. Einen Kuchen? Einen Kuchen? Oder ein Kuchen? Einen Maulwurstkuchen, Digga. Was ist los? Leute, er hat Geburtstag und er bringt mir was mit. Kuck, kuck, kuck. Wobei das ist mehr oder weniger eher eine Torte, aber. Auf jeden Fall, deswegen dachte ich mir einfach, in Ehre, zum Ehre, dass David heute einfach Geburtstag hat, mache ich einfach einen Zusammenschnitt von allen Videos, die wir gemeinsam gedreht haben. Da kann man cringe werden. Cringe in Moffa. Gar viel Spaß. Ja, genau. Ja, im Grunde genommen hat es richtig Spaß gemacht. Aber ich weimar, sage dir ein Daumen nach. 's mic? Oke. Es ist gut. Was ist es? Es ist gerade so. Ich bin Gott. Ja! Ich bin Gott. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.